Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WWE. Wir sind bei Folge 20 und müssen wir noch das ein oder andere tun. Wir hatten zwar jetzt längere Pause, aber ich würde sagen, wir schaffen wir trotzdem alles. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir dran waren. Wir müssen den Ring sammeln, unter anderem. Wir müssen die Früchte sammeln, genau. Und zwar hier drüber. Und wenn ihr alle in den Stricken, alle leeren zieht, fallen nämlich die Früchte runter. Oh, Blümchen. Die Steaks haben wir, glaube ich, gesammelt. Okay, es gab da noch ein Pflanz. Das ist ein Pflanz. Ja... So ist er. Denkst an der Tür ist es und dann kommt... Ähm... Schauen wir mal auf Flugmont. Ähm... Das ist kein Flugmont. Ähm... Schauen wir uns auf Flugmont. Und suchen wir mal ein bisschen weiter. Wo war das denn? Hier das ganze... Gebiet lang. Ähm... Ich weiß es gerade. Das ist aber schon so lange her. Ich weiß es nicht, da sind die Tür. Ah... Komm, Komm, Komm! Lassen number one, kuhl. Nöpfe lang. Und da... Da, eh... Da habe ich mir auch immer einen Poe abgesucht hier. Oh, das wird schon die Lüge. Stimmt noch mal auf eine Frage, und dann kam dann eine, die ihr gesehen habt. Ich möchte nicht mehr. Ich weiß nicht, dass ich. Ich möchte nicht mehr sehen, dass ich nicht mehr so schlecht. Leute Leute. Oh, das ist noch eine Bananlage. Schmeißt, man gesuchert, aber da weiß ich mal nicht. Mal auch glücker, mhm. Ha, ha, ha. Oh, ist das denn? Das war jetzt so. Oh, war doch aber gut. Oh, nein, 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 nein. Verdammte Tatsch. Schade. Bestimmt Epic zu uns kommt. Und Leibshafer sagt man, er hat bestimmt Legendaries für uns gehabt. Das haben wir vorher noch nicht gesehen. Ah, oh, Toner. Die Frage ist, hätten wir das auch geschafft? Ähm. Ich versuche halt jetzt nochmal, ähm. Einen zweiten Angreifer, wo die, unsere Freundin und her schießen muss. Ich versuche halt, was wir hier stehen. Ich bin immer noch nach wo. Das ist ein Kartoffelbrot. Das ist ein Kartoffelbrot. Das ist ein Kartoffelbrot. Oh, ich werde es voll die Pimtieren. Okay, warum ist der schon tot? Kein egal wo ich hinlaufe, ist die Ball oder irgendwas? Zwei, eins, ohhhh Ich bin tot, geh weg! Ich glaub da auf der Leiche sitzen, ich glaub's nicht Ich glaub ich kann das mal lieben können Warte, warte, dann geh ich was näher Versuchen wir uns noch den zu zählen Hier wiederbeleben Guck mal, was geht Ja, Raubvogel Das ist ja cool Guck mal, was geht Ja, ich weiß, was geht Ich weiß, was geht Let's see if P4P ever would. Let's see if that's not a tank. 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 let's see if it's not a tank tank. Let's see if it's not a tank tank tank. öffnet euer herz dem licht noch hoch das steht sogar dran die eine ist glaube ich von einem anderen flugplatz hier etwas Bestimmtes das Auto verkaufen wir nicht gut kann ich euch helfen Verloren Schönen Tag auch Kuchen Kuchen Möden die Reisen sicher sein und jetzt haben wir so einen Stallwächter-Dings Junge Seid gesegnet Grüße Pfeile Hm 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 Fleisch verkaufen oder sowas Pfeile Wie geht's Hm Hm Hallo Hey Und ich glaube hier bei dem kann man sich dann auch ein Leih-Flug-Mod holen Hier braucht man ja definitiv eins Aufschmackstest Ups Jetzt nehme ich dann noch Flugpunkt Was mir dann nachhängt So ich würde sagen Wir sehen uns bei der nächsten Folge Wenn es wieder heißt Let's play Wo aufs der Litch ging Ich hoffe diesmal dauert es nicht so lange Bis dahin Auf Wiedersehen Ich hoffe ich